Thor, ich war wieder zu langsam. Ich musste ein Schwein töten. Ein Kitty! Ich seh es. Scheiß Kitty. Was hab ich denn für ne scheiß zweite Waffe? Ich kenn die gar nicht. Ich glaub sie nicht. Teamwork! Teamwork, sowas gemeines. Dieser verdammte Computer da. Er hält mich fest. Sonst machen die auch nix. Mann, ich hab vergessen mich zu heilen. Soll ich erstmal die Beine wegfetzen? Oh! Da steht ja schon einer. Ein Kotzi. Ich hab das Suchergewehr. Warum hab ich so ein scheiß Gewehr mitgenommen? Bist du da irgendwo? Ja, ich kill hier gar niemanden. Mann! Blöder Rix-Computer. Boah, Nachladen. Jetzt häng ich hier schon auf dem Plasma-Cutter. Oh Mann. Und ich hab nur das dumme Suchergewehr. Was keiner braucht. Aua. Ab! Ja, Mann! Ein Kitty! Kitty, geh weg. So is fun. Ich hab mal mit aufgeschossen. Brauchst du Heilung? Nö. Hatte noch. Wohin? Keine Ahnung. Okay, hier hin. Ja. Ja. Auf deinem Rill hängt Blut. Ja, cool, ne? Das ist der neueste Trend. Ähm. Ich höre nichts Gutes. Ich höre gar nichts. Das ist auch nicht meins. Das ist so leise gemacht. Ja, ist aber glaub ich auch besser so. Aber ich... Das verstehe ich dich nicht. Ups. Oh, das erste Mal hier bin ich voll in den Schredder reingerannt. Ja, ich hab mich dann gewundert. Warum bin ich tot? Warum bin ich tot? Ja, total doof. Ähm. Kitty, kitty, kitty. Ich glaub ich nehm jetzt mal ein bisschen das Suchergewehr, auch wenn ich damit nicht spielen kann. Wow, ich hab dem den Kopf abgehackt mit einem Schuss. Oh, welcher Trottel kommt da? Ey, das ist gar nicht so scheiße, das Gewehr. Ja, das ist hier gut. Eigentlich dachte ich, dass wir eher in... Ich brauche, dass die EU war, ist dann zum Beispiel schlecht. Eher. Aber das cuttet sofort mit einem Schuss alles ab, das ist cool. Ja, dafür musst du auch bleiben. Ja, und dann nimmt man Stase und dann geht das schon. Ne, Minionschen. Aua. Oh Gott, zwei Kotzis. Aua. Ich bin tot. Oh, scheiße. Aua, Mann. Wo bist du? Na, jetzt hab ich den auch noch gekühlt, ey. Ja, okay. Ah, toll. Dann kratte ich ab in einem kritischen Moment. Oh, Mann. Diesmal bin ich nicht so schlecht wie vorhin. Hallo. Ich nehm die hier alle mit dem Sucher. Ha. Das war cool. Und ich hab mit einem Schuss gekillt. Das wirst du später sehen in der Aufnahme. Ach, ich helf dir mal. Ach, ich helf dir mal. Ey, du darfst die doch nicht umdrehen, dann guck ich jetzt woanders hin. Au. 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 Du scheißviele. Lass in Ruhe hier mit drauf fahren. Du hast mich gehauen. Einfach draufschlagen. Ja, irgendeinen wirst du schon treffen. Boah, 20 Kids hier. Zweimal Scham. Yeah. Ich sag mal, als Mensch kann ich wenigstens ein bisschen was. Ja, als Necromorph ist es schwerer. In der DE-Version bin ich als Necromorph besser. Hä? Wieso? Ist die anders? Keine Ahnung. Ja, die Death Edition. Okay. Keine Ahnung. Da hängen ja nur German Noobs rum. Ach so, deshalb. Ja, endlich kann ich das scheiß Gewehr wegmachen. Okay, so scheiße war es letztendlich nicht. Neun Punkte. Ja. Zweiter. Markerlabor kommt als nächstes. Okay, da hab ich das Dura gewendet, ich gerade benutzen. Boah, hab ich Klasmakata, wenn ich strahlen kann ohne ich nähen kann. Das weiß ich nicht. Harpoongewehr könnte ich auch mal nehmen eigentlich. Ich glaub, ich nehm jetzt mal Harpoongewehr. Das hab ich noch nie benutzt, weil ich's noch nicht habe. Ich wusste nicht, wie man das macht und dann hatte ich's online mal und dann dachte ich's wär kacke. Aber eigentlich ist das gar nicht so scheiße. Glaub ich. Setz dich ruhig hin, mein Lieb. Tu ich auch. Oh, ich hab Hunger. Dann ess doch was. Nö, und das heißt ISS was. Ach joa, weiß doch. Ja, ich weiß. Das Team der Menschen muss die Marker-Experimente zerstören, damit sie nicht in die falschen Hände geraten. Das kommt irgendwie ein bisschen spät, aber egal. Wozu? Ja, echt. Die bauen sich doch eh neu. Also. Ja. Wenn man das lernen kann aus dem Teil. Oh, 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 falsche Seite. Oh, ich hasse das, wenn man als necromorphiert ist. Aua. Da muss ich schon mal. Ja. Und ich weiß nicht, wo ich mich verstecken kann. Oh, ich bin in Stase, kein Wunder. Hast Blut spritzt. Au. Ja. Das tut es. Da wollte ich spawnen. Ich auch. Das ist doof. Woi, ich muss nicht auf euch zwei warten hier, ey. Ja, sorry. Ich spawne und zwei Sekunden später bin ich sowieso wieder down. Spawney, Spawney. Ey, tritt nicht auf die Leiche meiner Freunde. Ich töte ihn, ja. Wieso kriegt man manchmal 300 Punkte für nen Kill, sondern manchmal 100? Ähm. Als Mensch kriegst du immer nur 100. Wie doof. Aaaaah. Lache. Danke, dass du mich gerecht hast. Jetzt will ich den 44er Kill. Nein! 44. Was für ein Dummkopf. Im Spagat abgekratzt. Oh, man. Ups. Nein, der schöne Marker. Was war das? Aua. Der Mensch war krassig wie ein Mädchen. Genau. Der ist voll gekreischt. Oh nein, der ist online. Wer? Björn! Nein! Lass mal ablästern über ihn. Ja, also Björn ist ein Kumpel von mir. Alle hassen ihn irgendwie. Mom sind mir wach. Sowas wie ne männliche Uncut. Ja. So kommt meine Mutti rein, wie ich es gesagt habe. Hallo. Hi, ey. Du bist bei YouTube. Herzlichen Glückwunsch. Nix gegen Jörn, Schatzi. Freundchen sind Freundchen. Wo bist du eigentlich? Ja, mit Willen wohl. Mit Heike? Nee. Mit der Lisa. Ja, Lisa von der Party. Hallo Lisa. Hi. Hallo Lisa. Mal gucken, was Björn so schreibt. Endlich habe ich den Vertrag unterschieben. Meine Seele, ohne Doppel E zum Schluss, ist verkauft. Er hat eine Seele. Über schlechte Rechtschreibung beklagen. Nee. Aber wer will seine Seele kaufen? Boah, hier get it together, den Menschen zerstückeln. Hier ist grad irgendein Mensch abgehauen und ich find den nicht mehr. Hm. Oh nein. Stase. 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 Die Technik der Zukunft. Ja, wenn's sowas später gibt, das wär praktisch. Boah, das wär cool, Mann. Auf'n leerer Stase. Die reden sowieso schon so lahm. Ich bin hinter der Deckung geplöppt. Plöppt? Ja. Schönes Wort. Plöbi, 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 plöbi. Ich weiß gar nicht, wie's bei mir aussieht. Oh, drei Kills. Zehn mal gestorben. Nee, so sieht's bei mir aus. Ah, ich hab einen! Jetzt könnt' ich hier wunderbar Hilfe gebrauchen. Na? Ja, komm schon! Oh, du scheiß Blöder! Ja, ich hab's geschafft. Ich zieh nach! Ich versteck' mich hinterm Maka. Dam dam dam. Da, wo mich jeder sehen kann. Das Kiddy kann doch irgendwie nicht stillhalten. Da hier, du scheiß 21er da. So, so hilft man Leuten hier. Ja. Nicht immer zu spät kommen. So wie Heike. Ich seh' dich! Ah, jetzt nicht mehr. Jetzt zieh' ich dich wieder. Komm hier! Oh, ich hab ihn nicht geholfen! Ich töte ihn qualvoll! Okay. Was ich immer cool finde, ist wenn man als Kind den Arm abbeißt ohne Kopf. Ja, das ist lustig. Sowieso ohne Kopf rumzulaufen ist schon cool. Ah, scheiße! Au! Meine schönen Beine. Die Computer sind nur zusammen immer ein bisschen im Weg. Die... Lässt du meinen Maka in Ruhe? Wer sagt, dass der dir gehört? Den haben wir zusammengebaut bei Ikea und Billy. Drei Stück sogar. Gab's zum Sonderpreis. Und einen Impfschlüssel. Und sonst. Ja, wow. Ich hätte vorher nicht irgendwie in die Menschenhorde reinrennen sollen. Ich auch nicht. Ich hab's aber trotzdem gemeint jetzt. Oh ey, wie spawnt denn da so lange, ey? Ich nicht. Im Computer warten, ey! Ach, wie doof. Das hasse ich auch. Mist. Ja, du bist ein netter Mensch. Voll. Jupp. Die haben immer noch nicht den Marker. Mann, sind die schlecht. Oder wir sind gut. Hm. Ja, wir sind gut. Und jetzt ranhalten wir. Oh Mann. Oh Gott, ich hatte einen Kill und ich bin nicht gestorben. Oh Gott, ich hab gerade einen Leck. Stürb, du kleines Mistvieh. Lass den Markern ruhe. Mit russischem Akzent. Oh ja, das ruht mir nicht. Lass den Markern ruhe. Ja. Armes Audacity ist jetzt voll. Oh Mann, haben wir das hier gerockt, ey. Oh, wir sind so geil. Jetzt nochmal das Beste als Mensch rausholen. Ja. Aber voll jetzt hier. Na ja, Markerlabor kann ich nicht gut. Kindergarten ist vorbei. Oh oh. Ey, ist voll mies. Der 21er kann aber schon vorsprennen. Ja. Auch zu kotzen ist nicht gesund. Bulimie-Kind. Yo. Ich hab dir geholfen. Ich hab drauf, ne. Ey, ich hab noch recht. Jetzt mach ich mal Harpunen-Gewehr. Ups. Aber so sch** ist es gar nicht. Oh, guck dir an wie cool das aussieht. So, zack, bähm. Mich kotzt jemand voll. Gott, ey, ein springendes Scheißkind. Ja, genau, das wollte ich grad sagen. Und ich weiß voll, was du meinst.